Meine... What the fucking! Jetzt ist aber... Gut hier. Okay, da kann man drüber springen. Dann kann man quasi, wenn man die alle hinter sich hat... Schnell bis hier. Dann da... Oh, okay. Das wird auch sehr, sehr spaßig. Ach Gott. Das ist wieder so eine reine... So eine Stage zum Auswendiglernen. Das ist doch... Dumm. Autsch. Aha. Aha. So. Nein, nicht die Nomnomviecher. Nicht mehrere Nomnomviecher. Ja, bitte. Alter. Leckt mich. Leckt mich doch. Einfach mal. Alle. Bitte. Nur lecken. Nicht anbeißen. Nicht anbeißen. Ah! Das probieren. Lass mich am Leben. Alter. Das ist heftig. Ja, die haben in der Welt echt nochmal alle Spielereien zusammengefasst, die sie gefunden haben. Autsch. Ich hoffe, ich schmecke. Ich hoffe, ich schmecke. Scheußlich. Pink. Pink. Wie schmeckt man pink? Ich weiß es nicht. So, das war super. Nein, das war echt super. Und ich verbocke es so. Ja, das war schon wieder scheiße. Okay. Hier drauf. Da drauf. Dann drüber springen. Drüber. Ach Gott. Ich muss es in einem durchmachen. Oder so. Oder so. Dann hätte ich die nämlich für den Rückweg. Dumme Scheiße. Das war's. Und dann verfehle ich Meat Boy. So. Und so. Schlüssel. Fail. Danke. 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 Auf dem Rückweg quasi immer die unteren. Meat Boy. Oh Gott. Was passiert, wenn ich so einen Schalter drücke? Oh fuck you. Ich muss es schnell machen. Denn sonst geht alles wieder zu. Oh. Oh. Ja. Komm. Ah, da war noch Säge. Puh. Aha. 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 Ja, das ist noch nicht sehr spektakulär. Das sind nur Sägen und Sägen und Sägen. Und Sägen. Und da ist keine Säge. Warum auch immer. Jetzt sind beide unten. Das ist noch viel lustiger. Hihihi. Hohoho. Oh. Danke. Nehmen wir ernsthaft. Wo ist die Säge hin? Ist die weg? Ist das Absicht? So. Das passt. Oh Gott. Oh. Jetzt. Zwei davon. Oh. Das war's. Fast. Ah. Das ist das Haus der Sägen. Das ist wunderschön. Das ist, glaube ich, so mein absolutes Lieblingslevel. Bisher. Das ist sehr schön designt. Das ist gar nicht viel drehendes Metall. Plastik. Entschuldigung. Plastik. Äh, ja. Plastik reicht vollkommen aus, um Bandage Girl zu zerlegen, denke ich mal. Das ist ein Plastiksägen. Fetus ist tot, äh, und der andere neue Bösewicht, der das hier gebaut hat, konnte sich leider kein Metall leisten. Deswegen spielt er mit Metallsägen. Wirklich schwer ist es nicht. Es ist halt schnell. Und Reizüberflutung. Okay, wo bin ich sicher? Hier einmal. Nein. Öps, 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 öps. Und ich habe natürlich wieder eine A-Plus-Zeit im Kopf. Das ist die letzte A-Plus-Zeit für die Lightworld 7. Die fehlt. Beziehungsweise generell erstmal die letzte Zeit, die fehlt, weil ich hier noch nicht durch bin. Das kann man direkt machen. Öps, 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 öps. Dankeschön. Das könnte man auch direkt machen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu gewagt. Minimal. Das war dumm. Das war sogar sehr dumm. Wow, das war cool. Ne, das wage ich nicht. Das ist dumm. Dumm, die dumm. Dumm, die dumm. Pinke Musik ist pink. Dumm, dumm. Dim, damm, die dumm. Dim, dumm, dimm, dumm. Komm schon, hier hoch. So. Bisschen passt es. Hier lässt man sich dann einen Moment Zeit. Hier auch. Hier eigentlich auch. Oh Gott. So. Springen. Hier bin ich sicher. Jetzt bin ich gespannt. So. So. Nein. Ach, ärgerlich. Und eigentlich, äh, hab ich Hunger. Ich weiß nicht. Immer wenn ich aufnehme, bekomme ich Hunger wie sonst was. Das ist unglaublich. Wenn ich das Mikro an meinem Bauch halten würde, ich glaube, man würde mich mit einem Bären verwechseln oder sowas gerade. Ja. Also der erste Jäger würde aufspringen und sagen, oh no, holt die Gewehre, tötet den Bären. Boom, boom. Aber nein. Nein, ich habe, ich, ich habe, wow. Hüpf, hüpf, hüpf. Hey. Danke. Schön. Oh, die. Nein. Es ist so eklig. Es ist so eine eklige Stage. Wow. Wow. What the hell? Okay, das passt wieder. Das passt nicht. Das hat man gesehen, glaube ich. Och, Gottchen. Hüpf, 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 hüpf. Nein. Dab, di, di, du. Diedel, di, du. Dab, dem, dim. Di, du, da. Yep. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Okay. Check. Und check. Check. Jetzt muss ich hier warten. Das ist super. Ich liebe es zu warten in einem Spiel. Deswegen spiele ich auch so gerne Spiele mit Scrolling-Leveln. Hahaha. So, komm. Ich würde hier gerne mal was Neues zeigen können. Oh, ich kann was Neues zeigen. Ah, genau. Einen Sprung kann ich zeigen. Juhu. Och, Gott. Wenn das jetzt in der Geschwindigkeit weitergeht, sprich alle Jubeljahre mal ein weiterer Sprung, dann, äh, heiße ich euch willkommen in Part 47.000. Das wird schön. Das wird schön. Ich weiß ja auch nicht, wie lang das Level ist. Ich habe mir die Aplus-Zeit nicht angeguckt und diesmal werde ich es auch nicht, weil mich das garantiert demotivieren wird. Ich denke da an die Raketenturm-Decken-Scheiße. So, das passt. Oh, ich will da rein. Genau. Okay, eins und zwei und drei. Das passt auch. Ups. Okay, die habe ich doch so oft geschafft. Warum hat der mir gerade Probleme gemacht? Oder der hier? Das ist sogar nur einer. Das da oben wird hässlich. Okay, das hier jetzt. Das sind zwei gewesen. Das ist einer. Das waren zwei. Okay, der letzte. Danke. Fick dich mit der Zeit! Was? Wo habe ich denn noch Zeit rauszuholen? Das muss ich jetzt gucken. 45 Sekunden dafür. Holy moly. Ähm. Ja, wo kriege ich hier noch Zeit raus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier noch Zeit rausholen soll. Ah, das ist nämlich dumm. Das ist dumm. Ähm. Ich bin gerade verwirrt. Den werde ich nicht wagen. Nee, der ist mir... Ich weiß nicht. Ich kriege den gerade nicht hin. Den habe ich gerade auch schön hingekriegt. Und jetzt nicht mehr. Ne. Komm schon, Emi. So nämlich. Kann man den vielleicht genauso machen? Ich weiß es gerade nicht. Ach komm, ich kann auch eben so machen. Das ist auch kein... Kein großer Verlust. Und das flackert gerade lustig. Das tut mir leid. Da kann ich nichts für... Das kommt aus irgendwelchen Gründen manchmal vor. Wo kriege ich hier 45 Sekunden her? Beziehungsweise wo spare ich im Vergleich zum letzten Durchgang noch 5 Sekunden ein? Waren doch 50, die ich gebraucht habe, ne? Hey, ich brauche 5 verfickte Sekunden. 5 Sekunden! 5! 5! Wäre es eine, würde ich mir sagen. Okay. Aber 5? So. Okay, da kann man einsparen. Hier hätte man dann bestimmt genauso einsparen können. Aber okay. Hier musste ich zum Beispiel warten. Daran erinnere ich mich. Das ist eng! Oh boy. Jetzt also die Speedrunning-Version. Das wird sehr, sehr, sehr spaßig. Ja. Da freue ich mich gerade total drauf. What the hell? So, perfekt. So, perfekt. Ja, da drüber! Da auch über den ersten. Das passt. Das ist what the fucking bullshit. Den wage ich mich immer noch nicht. So. Der ist voll verkackt, ey. Dafür ist der jetzt ein bisschen netter getimed. Da kann man auch drüber. Da kann man drüber. Da kann man durch. So. Jetzt hier nicht so viel Zeit verschwenden. Hier hoch. 2. 1. Noch 1. 1. 2. 1. 1. 1. Dankeschön! So. 20 A plus. Beim nächsten Mal. Bei Super Meat Boy. Wie hieß das eine Level da eben? Achso, ich hab Peter gelesen. Okay. Beim nächsten Mal gibt es dann die Dark World. Bis dahin und tschötschö! енных qu theater. 8. 6. 7. 7. 7. 7. 9.